Bist du gerade auf der Suche nach deinem eigenen Stück Luxus in Dubai, umgeben von grünen Oasen und erstklassigen Annehmlichkeiten? Dann lass mich dir eine exklusive Tour durch eine zweistöckige Villa im südlichen Teil der Jumeirah Golf Estates zeigen. Mit fünf geräumigen Schlafzimmern, einem separaten Raum für das Hauspersonal und einem traumhaften Außenbereich mit eigenem Pool ist diese Villa ein wahrer Rückzugsort für Entspannung und Erholung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Wir begleiten Immobilienvestoren in einem persönlichen Mentoring, unabhängig und neutral und finanzieren Immobilien in Dubai. In dieser Episode präsentiere ich nun diese atemberaubende zweistöckige Villa. Neben den fünf geräumigen Schlafzimmern verfügt sie auch über ein separates Zimmer für das Hauspersonal. Wusstest du das eigentlich? Dass es in Dubai üblich ist, dass das Hauspersonal im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung mitlebt? Das ist nur eine der interessanten Eigenschaften, die ich dir während der Hausbesichtigung gleich zeigen werde. Die Gesamtfläche der Villa beträgt großzügige 585 Quadratmeter und das Haus liegt auf einem Grundstück von 743 Quadratmetern. Dir und deiner gesamten Familie steht damit viel Platz für Entspannung und Erholung zur Verfügung. Es ist ein echtes Traumhaus. Der Preis beträgt 17,9 Millionen Dirham, was etwa viereinhalb Millionen Euro entspricht. Eingebettet zwischen den pulsierenden Stadtteilen Dubais gilt Jumeirah Golf Estate als eine sehr exklusive Lage mit einer Kombination aus Luxus- und Grünflächen und erstklassigen Annehmlichkeiten. Die Residenzen sind geschickt in die atemberaubende Landschaft integriert, die von üppigen Grüns und klaren Seen geprägt ist. Der Charme dieses Stadtteils liegt nicht nur in seiner Schönheit, sondern auch in seiner Nähe zu wichtigen Verkehrsadern, was die Erreichbarkeit und die Verbindung zu anderen Stadtteilen der Stadt erleichtert. Einkaufsmöglichkeiten und die nahegelegene Dubai Marina mit dem beliebtesten Strand der Stadt sind keine 10 Minuten entfernt. Die Annehmlichkeiten in dieser Community sind ebenso beeindruckend wie vielfältig. Neben den Weltklasse-Golfplätzen bietet der Stadtteil exklusive Clubs, Fitnessstudios, Parks und Spielplätze für die ganze Familie. Die Bewohner genießen hier eine erstklassige Lebensqualität, die durch die grüne Umgebung und die ruhige Atmosphäre geprägt ist. Hier steht nicht nur der Golfsport im Mittelpunkt, sondern auch das Wohlbefinden und die Gemeinschaft. Es ist ein Ort der Luxus und Natur harmonisch vereint und seinen Bewohnern ein anspruchsvolles und dennoch entspanntes Lebensgefühl bietet. Unsere heutige Villa befindet sich im südlichen Teil der Jumeirah Golf Estates und ich freue mich darauf, sie dir gleich näher zu zeigen. Stell dir vor, du biegst in diese Community ein und fährst die ruhige Straße hoch, immer mit Blick auf den Golfplatz. Die Straße umsäumt von Bäumen. Du vergisst fast, dass du eigentlich in Dubai bist. Und dann kommst du auf die Auffahrt hoch zu deinem neuen Zuhause. Aber weißt du was? Dieser Traum, er kann für dich zur Realität werden. Du könntest genau hier leben, in diesem perfekten Rückzugsort, wo Gelassenheit und Ruhe dein tägliches Leben bestimmen. Schon gleich, wenn du ankommst, bietet die großzügige Auffahrt Platz für bis zu vier Autos. Die eigene Garage gehört ebenso dazu wie der angeschlossene Waschraum. Denn im Gegensatz zu Deutschland ist eine Autowäsche auf dem eigenen Grundstück in Dubai erlaubt. Lass uns nun einen Blick in diese prächtige Villa werfen. Beim Betreten durch den Haupteingang findest du dich im Herzen des Hauses wieder, dem Küchenbereich. Von strategisch platzierten Fenstern und einem Oberlicht durchflutet bietet die Küche ausreichend Arbeitsfläche, hochwertige Geräte und elegante Schränke. Das großzügige Wohnzimmer grenzt an die Küche an und legt mit seinem offenen Konzept dazu ein, angeregte Gespräche mit den Gästen zu führen, während man sich gleichzeitig dem Kochen widmet. Eine eigene TV-Ecke mit bequemen Sofas bietet die perfekte Kulisse für gemütliche Netflix-Abende, während der angrenzende Essbereich Platz für bis zu acht Personen bietet. Ideal für Familienessen oder Dinnerpartys. Hier gibt es unzählige Möglichkeiten, Zeit mit Freunden zu verbringen und Poolpartys zu veranstalten. Der nahtlose Übergang vom Innen- zum Außenbereich ist nur ein Highlight von vieren. Und auch der eigene Pool, den dir gleich noch zeigen werde, macht diese Villa zu einem echten Traumhaus. Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer, das besonders für diejenigen geeignet ist, die lieber ebenerdig wohnen wollen. Es ist das perfekte Gästezimmer oder auch Homeoffice. Es wird von großen Fenstern mit Tageslicht durchflutet und bietet einen Blick auf die Vorderseite des Hauses. Außerdem verfügt es über einen geräumigen Schrank und das Badezimmer mit Dusche sorgt für ein erholsames Wellnesserlebnis am Morgen. Zusätzlich bietet ein weiterer, vielseitiger Raum die Flexibilität, als weitere Homeoffice-Option, Studienbereich oder sogar eigene Bibliothek genutzt zu werden. Ganz nach dem eigenen Geschmack. Beim Betreten des Außenbereichs offenbart die Villa ihre wahre Anziehungskraft mit verschiedenen Zugangspunkten zu den Außenanlagen. Ein malerischer Fußweg auf der linken Seite führt zu einem Feuerstellenbereich, ideal für romantische Abende zu zweit unter freiem Himmel. Auf der rechten Seite erstreckt sich ein ruhiger Gartenbereich, der Platz für einen Kräutergarten in den Wintermonaten bietet. Hier ist auch der Zugang zum Zimmer für das Hauspersonal, das ich dir gleich noch zeigen werde. Ein praktischer Waschraum, der sowohl vom linken Seiteneingang als auch von der Küche aus erreichbar ist, bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern ist auch äußerst funktional gestaltet. Neben Waschmaschine und Trockner gibt es auch ein eigenes Waschbecken. Badekleidung kann hier bequem getrocknet werden und dank des integrierten Abflusses fließt überschüssiges Wasser einfach ab. Das Highlight des Außenbereichs ist zweifelsobrei der private Pool, der von beiden Seiten der Villa aus zugänglich ist. Der eigene Pool ist eines der Highlights dieser Villa und kann im Sommer gekühlt und in den kühleren Wintermonaten beheizt werden. Ein privater Pool bietet neben den in Dubai üblichen Gemeinschaftspools den Vorteil, dass dieser rund um die Uhr genutzt werden kann und auch die Pflege muss man sich keine Gedanken machen. Dubai ist für den erstklassigen Service bekannt und so wird auch der eigene Pool von Fachfirmen für kleines Geld regelmäßig gereinigt und gepflegt. Die angrenzende Außenküche und Essbereich rundet den Außenbereich ab. Kannst du dir hier vorstellen, mit Freunden und Familie den Pooltag zu genießen und gemeinsam zu grillen. Bis zu acht Personen finden hier entspannt Platz. Lass uns nun noch einmal zurück in die Villa kommen und den zweiten Stock erkunden. Wenn du die Treppe hinauf gehst, empfängt dich ein Gang, der von natürlichem Licht durchflutet ist. Die zweite Etage beherbergt vier weitere üppige Schlafzimmer. Lass uns das erste Schlafzimmer erkunden, das sich auf der rechten Seite der Treppe befindet. Dieser großzügige Raum ist ein echtes Juwel, denn er öffnet sich zu einem großen Balkon mit bezaubernden französischen Türen und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Poolbereich. Beim Betreten fällt sofort der geräumige Kleiderschrank auf, der genügend Platz für all deine Kleidung bietet, sowie die zusätzlichen Schränke, die perfekt sind, um deine persönlichen Schätze zu präsentieren. Das angrenzende Badezimmer ist mit einem hochwertigen Waschbecken und einer erfrischenden Dusche ausgestattet. Das angrenzende Schlafzimmer, verbunden durch ein einladendes Atrium mit dem Badezimmer und dem ersten Schlafzimmer, ist ein wahrhaftiges Kinderparadies. Stell dir einmal vor, wie das Sonnenlicht durch die Fenster strömt und den Raum mit Wärme und Freude erfüllt. Die großzügigen Fenster bieten einen herrlichen Blick auf das satte Grün draußen und schaffen eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Frische. Beim Betreten dieses Zimmers spürst du die Aufregung und die Freude der Kinder, die hier spielen und träumen. Der Zugang zum Balkon ermöglicht es, das Leben am Pool aus der Ferne zu beobachten und alles im Blick zu haben. Und der geräumige Schrank bietet genügend Platz für all ihre Schätze und Spielsachen. Das dazuhörige Badezimmer ist mit Toilette, Dusche und einem eleganten Waschbecken ausgestattet, was es zu einem idealen Rückzugsort für kleine Abenteuer macht. Lass uns nun das Schlafzimmer an der Vorderseite des Hauses betrachten, das sich auf der linken Seite der Treppe befindet. Hier gibt es zwei weitere Schlafzimmer, bevor wir uns gleich danach das Master Bedroom, das Hauptschlafzimmer, ansehen. Dieses Zimmer ist ebenso geräumig und erhält von Tageslicht. Es bietet ein Fenster mit Blick auf die Vorderseite des Hauses, sowie dir einen großen Schrank und ein stilvolles Badezimmer. Lass uns nun einen Blick auf das Hauptschlafzimmer werfen. Hier erlebst du wahre Eleganz und Komfort in voller Pracht. Mit einem kleinen Balkon, der einen Blick auf die Vorderseite des Hauses bietet, ist dieser Raum ein Ort der Ruhe und Erholung. Die geschmackvolle Einrichtung mit wunderschönen Wanddesigns schafft eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Im Inneren findest du einen großzügen, begehbaren Kleiderschrank, der deine Garderobe stilvoll präsentiert und genügend Platz für all deine Lieblingsstücke bietet. Das luxuriöse Badezimmer ist der perfekte Ort, um nach einem langen Arbeitstag einen entspannten Spa-Abend zu genießen. Bevor ich darauf eingehe, wie viel Eigenkapital notwendig ist, um sich diese Traumwelle im Grünen zu leisten und wie du den Kauf finanzieren könntest, möchte ich dir ganz kurz Dubai-Finanz vorstellen. Wir bieten unseren Zuschauern regelmäßig spannende Einblicke rund um das Investieren und das Leben in Dubai. Wenn dich das ebenfalls interessiert, abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du montags an unserer Fragerunde teilnehmen möchtest, folge uns einfach auf Instagram und schau dir montags unsere Storys an. Dort kannst du Fragen stellen oder als stiller Teilnehmer dabei sein. War dir bekannt, dass niemand eine solche prächtige Villa mit fünf Schlafzimmern, privatem Pool und mit dem offenen Wohnbereich vollständig bar bezahlen muss? Denn schlaue Investoren und vermögende Menschen nutzen ihr Eigenkapital schonend und investieren mit freien Mitteln lieber in andere Vermögenswerte oder in weitere vermietete Immobilien. Der Kaufpreis von 4,5 Millionen Euro kann mit einer lokalen Bank mit bis zu 60 Prozent über uns finanziert werden. Bei einer Kreditsumme von 2,7 Millionen Euro sind das nur 1,8 Millionen Euro Eigenkapital notwendig. Die Finanzierung über lokale Banken ist dann mit einer Laufzeit von bis zu 25 Jahren möglich und funktioniert auch, wenn der Kreditnehmer noch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Niemand muss in Dubai ein Visa besitzen oder hier leben, um eine Finanzierung über lokale Banken in Dubai zu erhalten. Dabei sind die Konditionen sehr attraktiv und bieten Immobilienkäufern eine sehr hohe Flexibilität. Denn gegen eine geringe Vorfälligkeitsentschädigung von nur 2.500 Euro kann jeder Kredit, unabhängig von der tatsächlichen Kreditsumme, jederzeit vollständig zurückbezahlt werden. So kann man einen weiter steigenden Markt nutzen und so ein Haus in Zukunft jederzeit verkaufen. Gerne noch ein Hinweis an dieser Stelle. Eine Finanzierung ist unabhängig von dem finanzierenden Objekt und der Nutzung in Dubai möglich. Das bedeutet, die Immobilienfinanzierung kann von Eigennutzern, aber auch von Investoren genutzt werden, die eigenkapitalschonend in Immobilien in Dubai investieren möchten. Dabei sind kleine Kreditsummen von 500.000 Durham umgerechnet nur 125.000 Euro möglich. Also auch hohe Kreditbeträge von bis zu 20 Millionen Durham, das sind umgerechnet 5 Millionen Euro. Voraussetzung ist ein Beleidungswert von 60 Prozent zum aktuellen Marktwert. Wenn du darüber nachdenkst, in Dubai zu investieren und nach einem unabhängigen Berater und Mentor suchst, der dich im gesamten Kaufprozess unabhängig begleitet, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Eugen Zimbelmann und als erfahrener Immobilieninvestor, Finanzierungsspezialist und unabhängiger Berater habe ich ein spezielles Immobilien-Mentoring-Programm mit persönlicher Begleitung entwickelt und bereits vielen dabei geholfen, eine Immobilie in Dubai zu finden, zu erwerben oder auch zu finanzieren. Falls du kein Geld in diesem Markt verlieren willst und Unterstützung suchst, kontaktiere mich kostenlos und gemeinsam finden wir die beste Lösung für dich. ... Vielen Dank.